Überraschend durchschnittlicher Podcast Hallo und herzlich willkommen zum überraschend durchschnittlichen Podcast. Ihr hört uns. In dem Fall sind uns Robin. Hallöchen. Nico. Schönen guten Tag. Und ich, Steffen. Hallo. Hallo, Knippen. Ja, ihr habt euch sicher bestimmt schon gefragt, warum ein anderer Jingle und so da ist. Aber dazu später mehr, würde ich sagen. Ich bin direkt dieser dir. Genau, jetzt haben wir die Zuhörer und Zuhörerinnen am Haken. Aber ihr habt mich auch am Haken. Ihr habt mich auch am Haken, weil ich dachte eigentlich, wir machen den, der Jingle bleibt. Dachte ich eigentlich. Aber gut. Hast du dir nicht zugehört? Ich lese doch nur die Hälfte von eurem Scheiß, den ihr mal schreibt. Völlig richtig, mache ich auch immer. Das ist eine Pattern hier. Aber meint ihr, wir haben heute waren noch locker über 200 Nachrichten in der Gruppe? Nee, auf gar keinen Fall. Nein. Nein. Ich glaube, ich würde sagen, wir haben nämlich mal die 40 geknackt. Ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich würde sagen, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen, ganz im Gegensatz zu mir. Denn ich sitze wieder mit den beiden Vollidioten hier. Wann erste Live-Aufnahme? Also so in einem Raum. Ja, wir haben ja alle schon mal gesagt, es ist schwierig, dann mal was zu finden, ne? Zeittechnisch. Hätten wir denn das technische Equipment? Ich glaube, da fehlt auch noch ein Mic, oder nicht? Nee, wir haben doch alle eins. Ja, aber bei den USB-Dingern kann es halt sein, dass du von den anderen die Tonspur manchmal mit aufnimmst. Müsst du mal dann gucken. Ich habe einen größeren USB-Hub sonst. Ich glaube, das kriegen wir wohl hin. Aber die erste Live-Folge wird kommen. Ich denke aber, dann sind wir auf jeden Fall zweistellig von den Folgenzahlen. Ja, ja gut. Das sind wir auch nächste Folge schon, du, Jakob. Siehste? Also sage ich die Wahrheit. Wie wäre es denn mit, boah, Publikum direkt? Nee. Lang Cess Arena. So, so ein Ding. Steffens Hund. Ja, genau. Robin ist dabei. Du kleiner Bastard. Weißt du, schon wieder, was das für eine Folge wird? Hier ganz früh in der Aufnahme, weißt du, was los ist. Ja, komm, jetzt erzähl mal, was du sagen wolltest. Ich wollte sagen, am 6.10. kommt das neue Kanye West-Album. Graduation 2. Habt ihr gesehen, dass er so ein, bei irgendeiner Mode-Show einen Gastauftritt gemacht hat? Und dann so ein Shirt anhatte mit Jewish Lives Matter? Oh, no, no. Easy till. Ein Mr. Old Guy. Ganz, ganz wilde Nummer, auf jeden Fall. Aber auf TikTok hat er gepostet, 6.10. Graduation 2. Freust du dich, Nico? Ich freue mich drauf, mal gucken, keine Ahnung. Ich bin ziemlich indifferent mittlerweile. Wäre geil, wenn eigentlich mal die Grundschule graduated. Ja, also muss man auch mal Künstler von der Kunst trennen, ne? Wo? Die Kunsthunde. Muss man bei uns auch, tatsächlich. Muss man bei uns auch, was wir im Podcast sagen, ist nicht immer das, was wir persönlich auch vertreten an Meinung. Ich sage letztendlich nur, I'm not allowed to say what doctor it was. It was a Jewish doctor. Das war die absolute Lieblingsline von Kanye West. Die Delivery hat kein Comedian der Welt. It went right over my head, habe ich noch nie gehört, aber gut. Was? Echt nicht? Echt nicht. Ich glaube, wir haben dir das schon 10 Mal zugeschickt wahrscheinlich. Nee. Doch, 100%ig kennst du es. Aber ich kann es mir vorstellen, weil Kanye hat ja mehrere Iconics. Auch dieser, everybody wanted to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Auch unfassbar gute Delivery. What does Gaga know about photos? What does Gaga know about cameras? Und George Bush doesn't care about black people. Auch ein Klassiker. Einfach ein Ereignis. Und noch jemand, über den ich tatsächlich über ein neues Album freue, wo ich mich hinsetze und aktiv das neue Album höre. Ja. Habe ich nicht bei vielen Künstlern. Ja, wie du jetzt so tust, als wärst du so ein Musikkenner. Nein, ich bin der größte Musik-NPC aller Zeiten. Für Nico reicht es natürlich im Quiz. Der Champ sitzt hier. Sag mal bitte beide einmal Glückwunsch, Robin. Nee, sag ich nicht. Glückwunsch, Robin. Glückwunsch, Robin. Ich habe viel Hate kassiert. Das stimmt, das stimmt. Was aber, habe ich ja auch gesagt, ist mir auch egal, wenn die Leute unterschreiben tatsächlich. An der Stelle möchte ich mich auch entschuldigen bei absolut niemandem einfach. Yes! Let's go! Weil es mir komplett egal ist. Die Regeln sind, wie sie sind und die bleiben auch so. Mark Corenzi-Style. Wirklich unfassbar. Ich verwalte ja den Insta-Account. Unfassbar viele DMs. So viele gab es noch nie, die Steffen quasi vorgeworfen haben. Schlechter Host zu sein. Meinen Sieg als ungerechtfertigt dargestellt haben. Die Justice für Nico gefordert haben. Hashtag Justice für Nico hat auch getrendet bei Twitter kurz gestern Abend. Stimmt, ja. Das stimmt. Ja. Aber das ist noch immer natürlich gekonnt. Am 11. September. Am 11. September war das für Nico. War für Nico der schlimmste 11. September seines Lebens. Er hat Musikquiz verloren. Mein persönlicher 11. September, wenn man das so sagen darf. Ja. Aber ich bin ja auch nicht nachtragend. Ich finde, das ist völlig in Ordnung. Ich habe es mir nochmal angehört. Klar darf man da salty sein. Aber die Regels sind die Regels, wie Mark Corenzi bereits gesagt hat. Und von daher muss ich das neidlos anerkennen. Ja. Und auch da muss man ... Sorry. Ja, obwohl man im Nachhinein sagen muss, eigentlich hätte ich mehr gewusst. Aber gut. Ich erkenne unter diesen Gesichtspunkten, die dort dargestellt wurden, natürlich den Sieg von Robin an. Und herzlichen Glückwunsch. Du bist der offizielle Musikquiz-König. Season 1 Musikquiz-Champ. Denn man darfst, glaube ich, so viel verraten. Das war erst mal das letzte Musikquiz. Heute gibt es keins. Genau. Das ist erst mal der große Reboot nach Folge 9. Aber um zu sagen, noch zu abschließend zu dem Quiz. Ich habe das mit Nico hinter den Kulissen geklärt. Ich habe mich da erklärt. Nico hat da auch Verständnis gezeigt für meine Argumentation. Dem Publikum, das mich erhitzt, werde ich es natürlich nicht sagen. Okay. Super. Ja, wir haben schon lange geteasert. Große Ausprobierfolge haben wir es, glaube ich, genannt. Es gibt weder Top 3 noch Musikquiz. Es gibt neue Jingles. Es gibt neue Formate. Und eure Hilfe ist gefragt. Denn wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht, lasst es uns wissen. Instagram, überraschend durchschnittlicher Podcast. Gerne Feedback geben. Welches Format hat euch gefallen, welches nicht. Was können wir besser machen? Wir dachten so nach neun Folgen. Oder acht waren es ja jetzt. Das ist jetzt die neunte. Genau, das ist jetzt die Ausprobierfolge. Und dann quasi bei der zehnten kommen ein bisschen neue Formate. So war die Idee. Ja. Wir gucken einfach mal. Wir wollen uns ein bisschen neue finden. Wir wollen ja nicht langweilig sein. Eine Beziehung, wenn man sich nur liebt, reicht nicht. Beide Seiten müssen ein bisschen Effort zeigen. Oder wenn man sich nur hasst, in dem Fall hier. Ja, auch dann. Aber wir probieren hier im Bedroom ein bisschen was Neues heute aus. Schauen wir mal, was es wird. Genau. Also nach der Folge direkt auf Instagram gucken. Oder beziehungsweise nachdem ihr das gehört habt, da wird es ein Voting geben. Oder auch gerne sonst schreiben. Genau. Oder was ist es nicht, wenn ihr das Voting verpasst. Kann ja auch mal sein. Und dann uns Feedback geben, welche Formate mit reinkommen sollen. Wir wissen noch nicht ganz, wie wir es machen. Auf jeden Fall haben wir dann ein Stimmungsbild von euch. Und können dann dementsprechend nachher sagen, das rein, das raus, wie auch immer. Aber apropos Voting, da kannst du noch mal eben was sagen, Robin. Die Brücke hätte ich jetzt auch gebaut. Okay, perfekt. Apropos Voting, das müssen wir natürlich noch eben abhaken. Letzte Woche Top 3 Iconic Duos. Ja. Gut. Fangen wir an. Auf dem vierten Platz. Ich tatsächlich mit sechs Stimmen. Ist ich jetzt nicht. Also, ja gut. Auf dem Platz davor, auf dem dritten. Steffen mit acht Stimmen. Ich habe heute Morgen noch geguckt. Da war ich gleich auf mit Nico. Ja, ja. Pass mal auf. Someone came in clutch von Nico. Und zwar mit einer seiner Bots mal wieder. Ja. Und auf dem geteilten ersten Platz. Nico mit neun Stimmen. Und, hab noch nicht gehört, der will das Ergebnis sehen mit neun Stimmen. Das heißt, Steffen, wir haben beide gegen eine Option verloren, die quasi sagt, ja, ihr Wichser, ich höre euch nicht mal mehr. Ja. Also, ist bei mir jetzt quasi jede Woche bei diesem Voting so. Aber, dass ich letzter bin, ist ne bodenlose Frechheit. Nee. Ich muss sagen, dass ich, Nico hatte einen Ansatz in Witzingen und meine waren halt sehr, ja, ich glaube, da hatte ich viele Zustimmer. Denk noch mal, denk doch einmal kurz nach, was du auf die Eins gesetzt hast, Steffen. Und dann ist das Ergebnis klar. Du kannst nicht erster werden, wenn du diese Kasper Eins hast. Also, ja, da könnte ich sogar zustimmen. Ich glaube, meine Drei und Zwei waren sehr stark. Deswegen habe ich oben mitgeschwommen. Aber meine Eins war quasi, hätte ich die vielleicht an die Drei gesetzt und mit dem Kicker geendet. Aber, ey, sowas aus, you live and you learn, ne? Hat jetzt immer Nico gewonnen eigentlich bei Top-3-Abstimmung? Ja, wenn du nicht noch ein paar Familienmitglieder dazugekriegt hast in der letzten Zeit, dann ist es immer die mit der größten Familie halt gewinnt. Aber wie geht's? Ich habe einmal, einmal hat Robin gewonnen, glaube ich. Du reitest hier rein mit, ach ja, bei Jumbo Schreiner habe ich gewonnen. Ja, ja, das war eine Masterclass. Genau, da war die Top-3, die Top-3 Jumbo Schreiner, das war die Top-3, ist richtig. Du reitest hier rein mit fucking A und B, weißt du? Ich glaube aber tatsächlich, ChatGPT hätte gewonnen, weil ich habe auch eine DM bekommen von einer Person. Die kriegt auch den Steffel-Schmalbock-Preis für den dümmsten Take der Woche. Die hätte, den verteilen wir jetzt auch, ist ein neues Format, den verteilen wir jede Woche. Die hätte für ChatGPT gewotet wegen Kaffee und Kuchen. Okay, dann musst du aber nachher uns im Tribat-Chat nochmal offenbaren, wer das denn ist. Ja, bitte. Weil das ist ein L-Take, da möchte ich gerne ein Gesicht zu haben. So. Diese Person ist Vanille-Eiscreme. Ja. Little really me. Ja, komm, dann würde ich sagen, geht's rein. Robin, sag mal an, welches Format? Ja, erstes Format. Und zwar sind wir ja auch für euch da, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr was auf dem Herzen habt. Schreibt uns eine DM, schreibt uns eine Mail, wenn euch das lieber ist. Wir haben noch keine Mail-Adresse. Doch, haben wir. Doch, haben wir. Haben wir tatsächlich. Ja. Ja, kann hier einer zufällig gerade im Kopf? Auf gar keinen Fall. Schreiben wir in die Videobeschreibung. Aber und zwar wollten wir ein kleines Ratgeber-Format machen, damit wir ein bisschen helfen können. Und ich habe, noch haben wir keine Insta-DMs bekommen. Deswegen habe ich mich auf Reddit ein bisschen schlau gemacht und mal ein bisschen geschaut, wo können wir der eine oder andere Person helfen. Und welchen wollte ich denn vorlesen? Ja, warte mal. Erst mal kommt natürlich dann an dieser Stelle jetzt ein Jingle. Euer persönlicher Ratgeber. Jingle. Ein, äh, ja, wie soll man sagen, ein Ratgebender, ein Wissen vermittelnder Jingle. Ein Wissen vermittelnder Jingle, ja. Ich würde sagen, ich lese einfach mal vor. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Und zwar war ich auf dem Sub-Reddit, bin ich das Arschloch? Poste ich auch ständig, also habe ich quasi täglich Sachen, wo ich Rechtsfertigung brauche. Ich möchte beantworten, ja. Ich möchte lösen, ich möchte lösen, ja. Nein, ähm, ich versuche mal schnell durchzulesen. Und zwar, bin ich das Arschloch, wenn ich mich sterilisieren lasse? Moin. Anbei eine kurze Klarstellung. Ich mag keine Kinder, besonders Babys, noch nie und jetzt auch mit Anfang 30 nicht. Mir war schon mit 16 klar, dass ich definitiv keine Kinder haben will. Wenn überhaupt, dann adoptieren. Lange Zeit habe ich mit vielen Vermütungshitteln gestruggelt. Pille und andere hormonelle Geschichten haben meinen Körper zu groß anderweitig belastet. Und sowohl Gyn als auch Hausarzt haben mir stark davon abgeraten. Virale Einsätzen war grauenhaft, habe der Gyn fast ins Gesicht getreten, weil es so wehtat, bin danach komplett kollabiert und sie musste wieder rausgenommen werden, weil der Körper sie abgestoßen hat. Seitdem haben mein Partner und ich nur mit Kondomen verhütet. Eine Vasektomie für ihn stand auch im Raum, aber sollte man sich trennen, hätte ich wieder dasselbe Problem bezüglich Verhütung. Daher habe ich mich dann für eine Sterilisation, die ich aus eigener Hand bezahlt habe, knapp 850 Euro entschieden. Alles schön und gut, habe in vier Monaten den Termin. Jetzt das Problem. Meine Stiefschmester wird sehr große Probleme haben, Kinder zu bekommen. Da starke Endometriosis und ein Einleiter ist leider schon zu stark beschädigt. Ob und wie sie schwanger wird, steht noch in den Sternen. Für sie ist meine Sterilisation kein Problem. Sie sieht da auch keinen Zusammenhang und wünscht mir alles Gute. Viele aus ihrer Familie aber schon und meinen, dass das von mir assi ist, meine Fähigkeiten, mich vorzupflanzen, zu zerstören, wenn meine Schwester damit Probleme hat. Bin ich das Arschloch? Das ist ja, also so leicht zu beantworten, also gefühlt. Erstmal ist es vielleicht schwierig, wie sonst so drei Dudes über die Sterilisationen von der Frau zu entscheiden. Also wenn hier über Frauenkörper entschieden wird, dann doch von uns drei weißen Männer. Dann hier. Dann hier. Aber, also das kann man ja auch mit vergleichen mit, was weiß ich, Nico kann kein Auto fahren, deswegen darf ich keinen Führerschein machen. Weißt du, das ist halt, du kannst halt nicht sagen, ich bin für irgendein anderes Wohl verantwortlich. Das ist ja, hier selten gehört zum Schwachsinn. Also nein, wie soll man sagen, nein, diese Person ist nicht das Arschloch. Okay, mein Take jetzt ist folgender. Ich sage, nein, du bist natürlich nicht das Arschloch aus dem Grund, den Steffen eigentlich schon genannt hat. Zumal niemand ist für deinen Körper verantwortlich, außer du selbst. Wenn du sagst, Kinder sind nichts für mich, dann ist es deine freie Entscheidung. Und die sollte immer respektiert werden, es sei denn, du zettelst einen Genozid an oder so. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Ein Genozid. Ist ja fast schon passiert, als die Spirale eingesetzt wurde. Tatsächlich, ja. Stark. Ja, aber ich muss dann auch mal eine andere Meinung einnehmen. Und zwar nicht, weil damit wir jetzt in eine Diskussion kommen, sondern weil aus voller Überzeugung ist das natürlich deinen Eltern gegenüber komplett asozial. Also die wollen nichts mehr als Enkelkinder. Und im Endeffekt lebt man für andere, ganz richtig. Nein, Spaß. Ich sehe es natürlich genauso wie ihr. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Probleme gibt. Also das dann wirklich so von Eltern, die machen ja gerne mal Druck. Ich weiß nicht, ob das bei euch so ist, dass dann immer so beim Familien, beim Kaffee und Kuchen so. Ah, wann ist es denn bei euch soweit? Ja, also, wann so bei euch? Ja, schon manchmal. Aber ich, also, da reagiere ich gar nicht drauf. Ich finde, das ist ja in der Generation über uns so, ja, sehr, sehr salonfähig zu sagen, so jetzt, ja noch, da musst du aber auch mal oder so, solche Sachen. Und ich finde, wenige Dinge privater als quasi, wann man ein Kind zeugen möchte oder wie auch immer. Ja, schon. Also, es ist irgendwie ein sehr weirdes, für manche Leute scheint das wie über das Wetter zu reden. Und ich finde, das ist das am ganz anderen Ende vom Spektrum quasi. Und ich finde, das geht niemandem was an. Aber ich habe auch schon, klar, solche Fragen, so, auch da wieder die Generation vorher denkt dann ja so, ich sage mal so ab 30, da kann man da ja mit loslegen, so nach dem Motto, die Zeit läuft. Und ja, solche Fragen kriegt man auch gestellt, aber ich kann da gar nicht drauf reagieren, weil es für mich utopisch ist, da irgendwie eine fundierte Meinung dem dann zu geben, meinem Gegenüber. Also, ja, finde ich, finde ich völlig legitim. Aber jetzt mal ernsthaft, Steffen, wann ist denn soweit? Ja. Kommentiert mal, wann Steffen und Anna mal Ende-Geltern werden sollen. Also, ob und wenn und wann, wenn ja. Ein überraschend durchschnittliches Baby. Ey, besser als schlechtes, was? Vielmehr können wir nicht. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin auch dagegen, Steffen. Ich bin bei dir für eine Sterilisation. Du togst ja so schon kaum noch mit mir, der scheiß Hund. Ja? Naja. Naja. Naja, und Nico, bei dir übrigens genauso. Bei dem müssen wir generell mal über Beziehungsstatus und so. Die endlich wieder hier zu uns, in deinem Kämmerchen. Apropos Hund, apropos Hund. Der hat, glaube ich, gehört. Der hat mich gehört, ey. Jetzt, wo ich darauf reagiert habe, muss ich es drinnen lassen im Podcast. Das Hundegebälle. Naja. Du hast auch so reagiert, da musste irgendwas sein. Ja, aber letztes Mal habe ich es rausgeschnitten. Deswegen. Naja, okay, wir halten fest, diese Person ist nicht das Arschloch, oder? Vollkommen. Also wirklich auch 100 Prozent. Nein, stopp. Ey, keine Clips, keine Clips. Auch meiner Meinung nach, your body, your choice. Arschloch. Was war das denn, Nico? Der Kapitän rudert wieder zurück. Wie jede verdammte Folge. Ach Junge, weil ich als einziger hier eine interessante Meinung einnehme. Robin mittlerweile hat ein Stipendium in Harvard, aber für das Ruderteam auf jeden Fall bekommen. Ja, ganz ehrlich. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich mir das antue. Ja, ja, komm. Mal weiter, du glaubst. Okay. Zweite Frage. Wieder am I the asshole diesmal auf Englisch. Ich muss es jetzt on the fly übersetzen, weil ich den eben erst gefunden habe. Seht es mir nach. Und zwar bin ich das Arschloch, dass ich dem Kassierer gesagt habe, dass das Mädel vor mir nicht ihre eigene Kreditkarte benutzt. Und zwar, ich war heute shoppen in einem High-End-Klamotten-Store und vor mir waren zwei Teenage-Girls. Das eine hat sich Schuhe rausgenommen, die sehr, sehr teuer waren offensichtlich. Und das andere hat dann so gefragt, ey, willst du die wirklich kaufen? Die sind ja unfassbar teuer, das kannst du dir auch niemals leisten. Sagt das eine Mädel mit den Schuhen, it's fine, I have my dad's credit card, I'm not paying. Quasi, ich habe vom Papa die Kreditkarte hier auf Lock. Dann habe ich natürlich direkt gedacht, das ist nicht ihre Karte, das darf sie nicht. Also, ein bisschen weiter geshoppt, dann an der Kasse. Die sind natürlich direkt vor dieser Person. Und Kassierer scannt ein, die ist kurz davor zu bezahlen, holt die Kreditkarte raus. Und da denke ich mir, also diese Person in diesem Szenario, tue ich es oder tue ich es nicht? Und es wurde getan, der Kassierer wurde angesprochen und wurde gesagt, that's not her card. Warte, wo bin ich? So, die Mädel sagt natürlich, das ist die von meinem Vater, der hat mir erlaubt, die zu shoppen. Und ich sage natürlich, das darf sie ja trotzdem nicht. Das ist rein rechtlich nicht erlaubt, was da gerade vorgeht. Girl zeigt noch ihre ID, um zu proven, dass sie die gleichen Nachnamen haben und dass der Vater das erlaubt hat. I tell her it's still forward. Bla, 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 bla. Okay, ich denke, der Punkt wurde gemacht. Genau. Ja, Nico, willst du anfangen, oder soll ich? Ich fange gerne an. Du bist definitiv das Arschloch. Ich finde, mind your own fucking business, es geht dich überhaupt nichts an, nicht mal ansatzweise. Du weißt ja nicht, ob der Vater es erlaubt hat, selbst wenn es Fraud ist, so wie, was für ein gesetzestreuer Lappen muss man sein. Ich finde, dass man wegen so einer Lappalie dann so einen Aufstand macht und sich als Held des Alltags da feiern will. Oder Heldin, ich weiß es ja nicht. Aber das finde ich wirklich unter aller Sau und so Leute gesellschaftlich nicht tragbar. Ja, da würde ich Nico zustimmen. Gerade dieser Punkt, ja, sie hat ja gesagt, okay, mein Vater zeigt, aber vielleicht hat der Vater ja auch gesagt, hier ist die Kreditkarte, so geh in die Stadt, kauf dir was du willst. Das kann man ja nicht, man kann es ja nicht nachvollziehen. Dann, überraschend, dass es auf Englisch ist, weil es hört sich sehr deutsch an. Und der dritte Punkt, den ich, wenn jeder, der mal so im Einzelhandel oder generell so Aushilfsjob oder was weiß ich, wo ich mir jetzt vorstelle, der oder die an der Kasse, der Kassierer, die Kassiererin, vielleicht auch in so einer Rolle ist, dass man da auch als, ja, als der Aberende, der da unterwegs ist, auf sowas null Bock hat. Also, ich würde sagen, so nach dem Motto, wenn dir jetzt einer sagt, du musst ja reagieren, der, wenn der jetzt sagt, oh, das ist Fraud, was sie macht, dann würde ich richtig tief durchatmen und sage immer so, jetzt muss ich, jetzt muss ich hier was sagen. Das gibt mir, also, es gibt nichts Nervigeres in dem Job. Du willst nur deine Schichter schieben, Geld kassieren, nach Hause gehen und dann kommt so eine Kacke. Also, für alle Beteiligten, äh, schrecklich. Ja, du bist das Arschloch, Bro. Nico, kurze Frage, bist, dein Reddit-Account heißt jetzt zufällig Mongoose Mancer? Nein. Weil es ist hier der bestbewertete Kommentar mit 25.000 Upvotes. You are the asshole, mind your own fucking business. Damn, crazy. Du hast Reddit einfach durchgespielt. Heftig, äh, aber eben zu dieser, zu dieser Kartensache. Kennt ihr das, wenn jemand euch eine Karte mitgibt und sagt, hier, zahl mal mit meiner Karte, weil die Person halt dann, keine Ahnung, zu Hause bleibt, aber man muss für die Person was besorgen und die sagt, zahl mal mit meiner Karte, habt ihr ja schon mal erlebt? Nee. Ja, also, ja, aber das geht ja auch noch, hier musst du ja nur Pin-Code einrödeln. Das geht auch, aber ich denke mir, okay, wenn, also, keine Ahnung, ich bin dann immer trotzdem ein bisschen so leicht angespannt, trotzdem immer so ein kleines bisschen nervös, wenn ich so mit einer fremden Karte zahlen muss, weil es ja nicht meine ist. Also, anscheinend ist es doch oft Wort, oder nicht, weil nichts anderes ist doch hier passiert. Ja, es ist bestimmt offiziell nicht erlaubt, ja. Ja, aber was soll passieren, so? Wenn du den Code weißt und so, dann, ah, zeigen sie mal eben hier ihre Karte. Das Einzige, was halt ist, dass man sagt, okay, die kann auch jemand aus dem Portemonnaie geklaut haben, das ist halt das Ding. Eben, eben. Sagt ja, jeder ist ein Freund von mir erstmal, wenn du getappt wirst. Ja, das ist korrekt, aber du musst ja, es gibt ja einfach ein Limit für kontaktloses Bezahlen und dann fällt es ja schon mal aus, weil du den Pin-Code nicht hast. Also, mit Kreditkarte ist es natürlich auch leichter, glaube ich, dieses Fraud, wenn wir dabei bleiben, das durchzuführen, als jetzt, wenn ich jetzt mit meiner Sparkassenkarte, wenn die geklaut wird. Ja, das stimmt. Das ist die Karte vom Freund meiner Frau. Der hat mir das erlaubt. Ich soll Brötchen holen. Ich glaube, das ist das Beste. Nicht, dass ich da bewandert wäre, aber ich glaube, es ist schon mal, ich weiß gar nicht mehr wem. Irgendwie, wenn es passiert ist, die Karte geklaut wurde, ist das Einfachste quasi, um die zu nutzen für den Klauenden quasi, ist für Unterschrift, da die Lernwurst noch Unterschrift gibt. War das nicht Zino? Ja, kann gut sein. Kann gut sein, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall dann, was weiß ich, zu H&M oder so, wo die ja noch so Unterschriftensysteme haben, weil da musst du nur die Unterschrift faken und nach anderem wird nichts gefragt. Ja. Das hätte ich noch nie gehabt, dass ich unterschreiben musste, nachdem ich mit Karte bezahlt habe. Doch, H&M, das kommt auf den Laden an. Hey, you know me. Ich komme noch nicht raus. Wollen wir mal mit dir irgendwo einkaufen gehen und da zahlst du mit Karte und du musst unterschreiben. Ja, aber mit einer Karte von einem von euch dann, sonst wird da kein Sinn machen. Es gibt eine Tanke, bei der ich das regelmäßig machen muss. Ja, da zum Beispiel. Ja, das ist doch, aber das ist doch, also da musst du ja, also das Gute bei einem Pin ist ja, du brauchst die Karte und den Pin. Eine Unterschrift, da kann ich einfach irgendwas hinschreiben, da kann doch keiner vergleichen. Ja, das wäre der Punkt. Deswegen gibt es auch immer weniger. Ja. Kostet aber, glaube ich, weniger, wenn du das anbietest, diesen Service. Ja, aber auch hier im Reddit-Thread über, wie sagt man, überwiegende Mehrheit für, du bist das Arschloch. Zurecht. Mind your own fucking business. Genau, man weiß nicht, ob der Vater vielleicht einfach gesagt hat, hier Schnuckilein, ich gehe eine Runde golfen, mach dir einen schönen Tag in der Mall. Von daher. Ja, komm. Was haben wir auf der Uhr? Soll noch einen dieben oder wollen wir weiter? Ich weiß es nicht. Ich würde fast sagen, wir ziehen schon weiter, oder? Wir ziehen weiter, ne? Wollen wir weiterziehen? Warte, wir haben ja theoretisch, hat auch jeder von uns heute ein neues Format dabei, ne? Ja, zumindest das erklären. Da können wir auch wieder einen Gewinn draus machen. Aber nein, wir heute ohne Wettkampf, heute sind wir drei Freunde. Ja, bringt ja auch nichts. Gestern hatte Kaiser Franz Geburtstag, deswegen drei Freunde müsst ihr sein. Genau, also erstes Format hiermit beendet, quasi Ratgeber, schon mal merken, schon mal Gedanken drüber machen, am Ende kommt ein Test. Genau, und ist nicht nur auf die Subreddit limitiert, also es gibt natürlich auch so andere Subreddits, wo man, wo sich Leute tatsächlich dann auch andere Ratschläge einholen und nicht nur fragen, bin ich ein Arschloch. Genau, ich hätte jetzt auch, ich hätte noch eins für aus Slash A Slash Beziehung, wo es natürlich um klassische Beziehungsdinger ging. Aber am besten finde ich das natürlich, ich kenne das von anderen Podcasts, wenn wirklich User schicken, irgendwie anonymisiert, ey, Jungs, das ist euer Spezialgebiet, ich brauche Hilfe. Genau, der von letzter Woche, der sich anonym gemeldet hat, kann auch mal einen Ratschlag einfordern zum Beispiel. Zum Beispiel, dass er geschmacklich ein bisschen, der meinte, er meinte, Top 3 wäre mega schlecht, der hat ja offensichtlich, ist auch was in der Kindheit, massiv was falsch gelaufen. Sind wir natürlich, da haben wir ein offenes Ohr, aber wir ziehen weiter. Korrekt. Wir kommen jetzt natürlich einmal zum nächsten Format und das ist mein Format. Jingle. Gerne Jingle ab. Jingle. Clever vorbeigeschossen. Und dann. Sag den Sachen Fake-Namen natürlich, ne? Einen Fake-Namen? Zum Beispiel bescheuert getroffen. Wir wollen nicht gesuit werden hier. Okay, einen Moment. So, das ist jetzt ein visueller Gag. Okay, davon müssen wir auf jeden Fall ein Foto posten. Bitte, was? Und zwar, sind wir beim neuen Format clever vorbeigeschossen. Manche kennen das unter dem Format genial daneben, aus Sat.1 damals von Hugo Egon Balder. Ähm, ich erkläre das Format einmal kurz. Das macht mich verrückt. Wie siehst du denn da irgendwas, ja? Das geht. Also, hier sind so Löcher. Ach so. Hast du die extra dafür gekauft? Nein, Bro, die ist für die Hochzeit. Also, bitte nicht vor der Hochzeit posten. Dieses Bild. Oh Mann, ich kann gerade bei, kann ich das auf Insta posten? Ah Mann, ey. Oh no, habe ich es jetzt kaputt gemacht? Egal. Ähm, ja, also nein, kannst du leider nicht. Äh, erst nach Freitag. Mann. Ähm, genau. In diesem Format ist es so, dass eine Frage gestellt wird. Ähm, diese Frage ist häufig ja sehr schwierig zu beantworten, weil sie sehr spezifisch ist. Ähm, und, äh, meine Gäste müssen dann, äh, mit einem Fragegewitter quasi auf die richtige Antwort kommen. Ähm, von daher, äh, haben, habt ihr beide verstanden, worum es geht? Ja. Ihr kennt das ja. Ja, Herr Hugo Eganbalder. Okay. Herzlich willkommen zu. Ja, wie ich es nochmal gönne. Äh, clever. Vorbeigeschossen, meine Gäste heute zu meiner Linken. Wie ich es jetzt hier sehen kann, der Robin. Und zu meiner Rechten einmal der Steffen. Hey. Schön, dass ihr heute da seid. Heute wird auch wieder um 500 Euro pro Frage gespielt. Ähm, und wir kommen nun einmal zur ersten Frage. Eingesendet wurde diese Frage von Max Zukowski aus Haltern am See. Die Frage ist, was ist eine Spiegeltherapie? Hahaha. Da würde ich direkt, äh, an so, äh, psychologische Dinger, zum Beispiel, dass man so, hier diese Affirmation, wenn man sich so, sich selber bestärkt vorm Spiegel quasi, so, äh, was weiß ich, du, keine Ahnung, du bist nett. So ein Peptock, ja, so ein Peptock. Man sagt sich so aufbauende Worte zu sich selbst quasi. Und du schaffst das mäßig für Selbstvertrauen. Spiegel ist schon mal richtig. Da sind wir schon mal in der richtigen Richtung. Spiegeltherapie. Aber steckt ja auch im Namen. Ja. Ja, du weißt schon. Du passt. Ist das gestört? Ähm. Ja, Spiegel, aber ich, ich, also es muss ja irgendwas, Audio, ja, so nicht. Ist das für, 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 für Menschen? Äh, das ist für Menschen, Punkt. Also jetzt nichts irgendwie für Tiere, so, das war mein Gedanke. Äh. Äh, nee. Ich hätte aber auch gesagt, dass man sich einfach in dem Spiegel mal längere Zeit anguckt, um einfach ein besseres, ja, Selbstwahrnehmung, genau, Selbstbild, Selbstwahrnehmung, sowas, so, so mental vielleicht für Leute, mit wenig Selbstvertrauen, dass sie einfach sich selbstbewusst werden. Geht das in die Richtung? Es geht in eine, so viel kann ich ja schon mal sagen, es geht auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung. Also wir sind schon grob im Bereich der Psychotherapie. Äh, grob im Bereich, ja. Äh, oder, oder so, so Effekte, wie dieses, ich denke gerade an das, wo man so eine, so eine Trennwand zwischen sich hat und dann so eine Fake-Hand dahin liegt, da rein sticht und man fühlt den Schmerz, dass es sowas ist, so ein, so ein Effekt, also nicht direkt was ein psychologisches, wovon man was hat, sondern so ein, so ein, äh, Gehirntrick quasi. Ja, Gehirntrick, äh, ja, so wie, äh, zwei bei Kalvers, die Schattenwand. Ja, so, ihr wisst, was ich meine, ne, wenn man so eine Trennwand und man denkt dann, die eine der Gehirnhälfte sagt dir, okay, das ist deine wirkliche Hand. Und du spürst das Federn, Gestreiche und so. Okay, warum sollte man das machen? Um die Nerven. Ja, für, für Leute, die, äh, also das, was man, was ich gerade beschrieben habe, macht man ja gerade bei solchen Leuten, die, die denken, da ist noch eine Hand quasi, die eine verloren haben oder so. Ich glaube, dafür ist es ganz sinnvoll. Ach so, mit dem Spiegel simulierst du quasi, du hast wieder zwei Hände. Nein, du bist dir darüber, ja, und dann nachher bist du dir darüber bewusst, du hast eben doch keine zwei, also da ist nichts mehr, was dann, Phantomschmerzen, du kannst keine Phantomschmerzen mehr spüren. Gar nicht so nett. Wir sind, glaube ich, im richtigen Ballpark, ich muss da ja sagen, muss ich so Geld lassen. Echtig Antwort. Ja. Rückwunsch. Hier, ich lese es einmal vor. Ja. Bei Phantomschmerzen, zum Beispiel in der amputierten linken Hand, kann die Spiegeltherapie angewandt werden. Dazu wird die noch existierende rechte Hand vor einem Spiegel bewegt. Also man stellt sich vor den Spiegel. Im Spiegel sieht sie aus wie die linke Hand. Das Gehirn wird getäuscht, macht die Bewegung in der bereits amputierten linken Hand ebenfalls nach, sodass Phantomschmerzen, wie von Steffen schon richtig gesagt, gelindert werden können. Also, richtige Antwort. Max Zukowski, tut mir leid, Grüße nach Haltern am See. Max, sorry, keine Moneten für dich. Keine Moneten. Stark. Ist doch schön. So, die nächste Frage. Kommt hier tatsächlich aus dem Publikum von mir. Sie wurde allerdings auch schon einmal gestellt. So, die Frage, bitte genau zuhören. Was ist eine Sprachbanane? Ja, das ist irgendwas aus der Logopädie. Das ist so ein Ding, das sieht aus wie eine Banane. Kinder, die zur Logopädie gehen, benutzen das, um irgendwie Laute klar auszusprechen, um das Lispeln zu verlernen. Sowas. Es geht hier nicht um Lispeln. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, aber Logopädie? Im entferneren Sinne sind wir in der ... Ihr seid ganz ehrlich, ey. Was? Ich sag mir zu gut schon. Oh, sorry. Ja, wir sind halt super schlau. Ich hätte gedacht, dass das sowas ist. Der ist ein Part. Ich denke quasi an diese Kurve, dass es eine Betonungsart ist, dass man quasi sagt, what? Dass man so eine Betonung hat quasi, so eine Brücke. Sie verstehen? Ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Ist die richtige Antwort, aber nicht auf diese Frage. Ach so. Ach so. Der Kerbball von Hugo Egon. Äh, okay. Ja, aber okay, Sprachbanane. Was macht denn eine Banane aus? Sie ist vielschichtig. Na, eigentlich nur eine Schicht. Das war eine Zwiebel, die vielschichtig ist. Das ist vollkommen richtig. Eine andere Frucht quasi im entferntesten Sinne. Frucht ist auch schon mal bei Zwiebel ganz falsch. Das war der Gag, ganz genau. Ach so. Ähm. Ja, aber ich bleibe, also Sprachbanane. Also ich hätte auch gesagt, dass es quasi, also es ist ein, ja gut, Logopädie im entferntesten Sinne. Das kann ja im Endeffekt heißen, es hat mit Sprache zu tun, weil es das Wort Sprachbanane ja impliziert. Ähm. Ähm, also ich hätte tatsächlich gedacht, dass es, das ist eine, ist es etwas mit Betonung verschiedener Wörter zu tun? Also mit der Aufsprache dann quasi? Bei Betonung sind sie nicht ganz verkehrt. Okay, gut, dann bin ich ja schon mal auf der richtigen Fährte. Also ich hätte, wie gesagt, ich bin bei der Form. Äh, dass es dann irgendwie, dass es ein Wortbild ist, was man, was man dann, äh, phonetisch wieder, sich widerspiegelt. Ja, dass man ein Wortbild quasi auf, auf Betonung anwendet. Aber wenn es nicht, wenn es nicht, das ist dieses Hoch-Runter, was ich gerade probiert habe, äh, 1 zu 1 Treffen vorzumachen, dann finde ich es gerade schwierig. Aber vielleicht ist es so, doch betonungsmäßig und dann vielleicht bei einer Frage, gehst du ja am Ende nochmal mit der Betonung hoch, also du betonst ja anders, wenn du eine Frage stellst, als wenn du einfach einen Satz sagst. Äh, da können wir ja diese U-Form, die an einer Banane ähnlich vielleicht auch, ähm, vielleicht mal, nimm mal ein Beispiel. Ähm, wie geht es dir? Nein, das war nicht. Hä, ich geh das gerade in meinem Kopf durch, das passt gar nicht, aber das ist doch so, oder nicht, bei einer Frage? Wie geht es dir? Bei Fragen seid ihr leider falsch abgewogen. Du bist so einwegig, und ich bin da unsympathisch. Also, wir können ausschließen, dass es, dass Sprachbanane sowas wie ein, äh, ein Zungenbrecher ist. Also, es beschreibt nicht. Das ist richtig. Kann ich das denn haptisch anfassen? Also, so wie diese, ja, was, was ich benutzen kann, um zu üben, oder ist es so eine Metapher, so wie eben ein Zungenbrecher? Nein, nein, das ist ein Bild. Das ist ein Bild. Also, ich kann es nicht haptisch anfassen, also nicht was, was Martin Schneider sich in die Fresse steckt. Es ist nicht, äh, oder dein Logopäde hat eine Sprachbanane zum Üben. Genau, genau, benutze mal jetzt für eine halbe Stunde die Sprachbanane, und danach machen wir ein Diktat oder so. Nee, nee, nee. Äh, nee, in die Richtung geht es nicht. Danke, Stemp. Sag ich einfach. Aber so hatte ich es verstanden. Ja, aber, okay, also, du willst jetzt quasi von uns hören, die korrekte Betonung einer Sprachbanane. Nein, ich möchte nicht die korrekte Betonung einer Sprachbanane hören, sondern, ich möchte von euch hören, die Definition einer Sprachbanane. Ich will so sehr googeln, ne? Mann! Das ist ein bisschen... Und dann so tun, als wüsste ich es einfach. Hallo! Ja, dann Hände hochregeln, genauso wie beim Quiz. Ja, aber Sprachbanane, das ist offensichtlich, hat was mit Betonung zu tun, da bleibe ich bei. Ja, vielleicht ist es auch einfach, wenn Leute Dinge falsch betonen, einfach so dieses... Manche Leute haben ja so eine ganz komische Betonung immer, oder fahren immer am Ende hoch, egal was. Manche Leute sind auch so Fragenquatscher auf der Betonungsebene. Dann sagst du, der da vorne ist eine richtige Sprachbanane, oder was? Nein, der hat gerade eine richtige Sprachbanane gedroppt, zum Beispiel. Ist so ein Gag unter... Unter Logopäden, ja. Ich hatte wieder eine Sprachbanane bei mir die Tage da. Ja, ich glaube ich. Ihr seid nah dran, aber ich glaube, ihr fahrt euch da gerade auf was fest. Ja, ganz genau. Und von daher muss ich euch an dieser Stelle erlösen. Danke. Folgende Definition. 500 Euro erstmal an mich, wenn ich mir gleich überweisen werde. Glückwunsch. Die Sprachbanane ist ein Begriff aus der Akustik. Jeder Buchstabe hat bei der Aussprache eine andere Tonfrequenz und Lautstärke. Stellt man diese Werte aller Buchstaben des Alphabets in einem Diagramm dar, sieht es aus wie eine Banane. Okay. Na, da war wirklich nah dran, Form und so. Ja, ihr wart wirklich sehr nah dran, aber Glückwunsch nach Münster. Aber da muss ich kurz einhaken, das hat doch mit Logopädie auch im Fernsten nichts zu tun. Und mit der Aussprache des Wortes, ne? Ne, das sind Tonfrequenzen bei einer Gitarre oder so, will der Mongo hier uns verklickern. Äh, hat schon so ein bisschen mit Logopädie was zu tun. Na, gut. Im fänden Sinne, hätte er auch nicht gesagt, das ist Logopädie das Thema Nummer eins. Äh, haha. Okay. Kann das schlecht probieren, sorry. Merkt man nicht, zum Glück. Dann ist ja gut. Lass mal eine. Okay, eine Sache nehme ich noch und zwar machen wir mal ... Oh, gut, das finde ich gut. Kommen wir nun zur letzten Frage des Abends. Hella von Sinnen aus Köln fragt, was ist eine Daumengarage? Ich weiß es, das ist bei Hosen, bei Jeanshosen, da gibt es ja die Hosentaschen vorne und da sind davor nochmal so kleine, wisst ihr, so kleine Taschen vorne und da kann man super den Daumen parken. Okay, äh, ach, diese kleinen Taschen bei der Jeanshose, das ist völlig falsch. Ja. Habe ich mir gedacht. Super. Frage für die nächste Folge, wofür die sind. Naja. Ja. Daumentasche. Daumengarage. Gutes zuhörst, Robin. Daumengarage. Hört sich an wie so ein, ähm, äh, hier, Himmel und Hölle Spiel, so, äh, komm wir spielen Daumengarage, was man irgendwie in der Schulzeit gemacht hat, auf der Busfahrt, so hört sich das für mich an. Fingerkloppe, Daumengarage. Flutige Münze. Okay, wie, definier das mal ein bisschen mehr? Also, wie sieht das Spiel aus? Ich glaub, der lockt dich, no way, dass das richtig ist. Ja, ich hätte sonst gesagt, hier so Daumen catchen zum Beispiel. Ach ja, dieses hier. Und dann zuhalten. So was wird mir, wird mir in den Sinn kommen. Äh. Äh, da sind sie leider falsch abgewogen. Aber komplett bei Spielen, äh, im weitesten Sinne, oder? Ähm, bei Spielen könnte man hingehen, äh, wenn man eine andere Frage stellt. Ich hab noch eine nächste Idee gekommen, und zwar bin ich, oder war ich früher notorischer Ingenägelkauer und, äh, auch die Haut drumherum. Und dass es da vielleicht ist, vielleicht gerade für Kleinkinder auch gegen Infektionsgefahr, die sind ja viel draußen am Spielen, dass man da die Daumen irgendwie, plopp, äh, ne, in der Garage packt, dass die nicht mehr die in den Mund tun können, nicht mehr dran knabbern können, nicht mehr irgendwie die Kot, die sie gerade da dran gemacht haben beim Kacka machen, essen können, sowas. Ja, einen Moment, what the fuck? Okay. So. Richtige Antwort, muss ich so gelten lassen. Alter, was? Glückwünsche, wirklich? Ja, nein. Richtige Antwort. Damals von Herrn Huecker beantwortet worden. Die Definition lautet so. Um zu verhindern, dass Kinder Daumen lutschen, wird die Daumengarage angebracht. Sie besteht aus, sie besteht einfach aus einem in der Mitte geteilten Holzstäbchen. Also, es können auch Eisstäbchen verwendet werden, ne, aber nur ohne Eis, also, dass es nur nach Holz schmeckt, also, dass es gar nicht schmeckt, ne, natürlich. Ähm, und das wird am Daumen des Kindes festgeklebt, sodass er nicht mehr, oder das Kind nicht mehr auf die Idee kommt, sich am Daumen zu klutschen. Glückwunsch, äh, tut mir natürlich leid, Frau von Sinnen, die 500 Euro hätten sie gut gebrauchen können. Bestimmt. Aber nicht schlecht. Richtig, die Antwort. Ich habe eins gelöst, Robin hat eins gelöst und Nico hat eins eingestrichen, dann sind wir doch eigentlich glücklich, oder? Also, da sage ich auch, egal, was der User wohl sagt, ich bin in love mit diesem Format. Man lernt was dazu. Aber nicht, 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 äh, das machen wir nicht, Robin. Was? Ja, hier beeinflussen. Näh, ich sag ja schon, ist egal, könnt abstimmen, wie ihr wollt. Das ist egal. Nein, das stimmt mal schön ab, aber mir hat es Spaß gemacht. Außerdem wissen wir ganz genau, wenn Nico das jetzt sagen würde, dann wäre die Masse natürlich geswayt. Nico, ah, da spornen wieder zwei Tanten auf einmal, die Instagram haben, äh. Irgendwas, der sein Geld loswerden will. Auch das, das war dann das zweite Format. Äh, clever vorbeigeschossen. Clever vorbeigeschossen. Clever vorbeigeschossen. Ähm, äh, Format, nochmal zwei Meinungen dazu. Auch gerne jetzt nicht nur, äh, äh, ähm, was ihr besser fandet oder so. Ihr könnt uns auch gerne schreiben oder irgendwie in die Kommentare oder so, ähm, ob so ein Format generell Zukunft hätte, ob es nur gewinnt oder nicht. Ähm, weil wir wollen ja noch ein paar Folgen machen, das muss ja hier nicht enden quasi. Genau, und auch ein bisschen vielleicht den Inhalt tatsächlich, der heute passiert ist, rausnehmen. Äh, weil es geht ja um das Format an sich und nicht der Inhalt, der da heute präsentiert wurde. Das muss ja in den zukünftigen Folgen auch noch funktionieren. Genau. Der Fragenfundus ist definitiv riesig. Ich habe heute ungefähr vier Stunden genial daneben geschaut. Wirklich? Ja, nebenbei. Gibt's alles auf YouTube, ne? Es gibt auf YouTube, gibt's super, super viele Folgen und, äh, es ist echt heftig, was für Leute da teilweise bei sind, wo man gar nicht mehr wusste, dass es die, äh, die gab. Rennen wir einen. Ähm, wie hieß der Dude denn nochmal? Ralf Schmitz. Es ist ja, äh, Moment, ich muss das mal eben... Die hatten wirklich alle da, passt der. Der eine, äh, Lindenstraße-Schauspieler, da denke ich mir immer, was der da macht. Ne, der hieß irgendwie... Der den Arzt gespielt hat. Ach. Ja. Das ist so 2000erwissen. Ähm, nee. Nee, der meinte Nico nicht. Was? Niko Appel, der ist nicht bei Lindenstraße. Ah, fuck, ey, ich komm nicht mehr, guck mal, ich komm sogar nicht mal mehr auf den Namen. Irgendwie Kretschmar oder so, oder Kretschmar? Das ist ein ganz, ganz, äh, komischer Dude. Arme hoch. Weiß ich nicht. Ja, passiert. Ich würd sagen, ich leite zum nächsten Thema um. Ja. Ähm, das dritte Format. Wahrheit oder Lüge? Wir spielen quasi so eine Abwandlung von Two Truth and a Lie. Ähm, kennen die meisten von euch wahrscheinlich halt so als Kennenlernspieler oder sonst was. Wir spielen, ähm, auch da, wir sind, wir werden nicht müde, äh, vielleicht hier und da mal, ja, wie soll man sagen, uns inspirieren zu lassen, ähm, um die Sachen zu übernehmen, sag ich mal. Wir sind straight up Diebe einfach. Genau. Das ist inspiriert. Wir können ja auch Credit geben von World Wide Wohnzimmer. Äh, an diesem Tisch wird gelogen. Wir erzählen eine Geschichte, ähm, also eine ganz kurze, das heißt, es muss keine Geschichte sein, sondern vielleicht auch nur eine Aussage über uns, über, ich sag zum Beispiel, keine Ahnung, äh, ja, weiß ich jetzt nicht, ich erzähl irgendwas und dann haben die Jungs Zeit, äh, 45 Sekunden mir Fragen dazu zu stellen. Äh, jeder nimmt dann gleich eben kurz selbst die Zeit und, ähm, ja, 45 Sekunden Fragen zu stellen und müssen dann halt danach eben sagen, oh, das war jetzt die Wahrheit oder er hat gelogen. Ne? Ne? Damit ist das, glaube ich, einfach erklärt. Okay. Ja. Verstanden. Wir hatten ja Zeit, uns damit aus dem Kopf zu setzen. Aber, ja, also in meinem Kopf frage ich dich sofort einfach, ist das gelogen oder stimmt das? Ja. Und dann habe ich das Spiel gewonnen. Ja, das ist cool, wenn du das Spiel halt top ed in willst, ist das eine coole Frage, ja. Das ist vollkommen gut. Die ist also nicht zulässig. Das ist so wie dein Versuch vorhin, die Fragen von Ginelle neben einfach zu googeln. Äh, ist ähnlich schlau bei so Spielen, ja, Robin. Stark. Sorry, nehme ich auch meine Kappe. Ja. Äh, soll ich einfach mal anfangen? Achso, Moment. Brauchst du einen Timer? Ich habe... Jingle, haben wir schon Jingle gesagt? Achso. Sonst haue ich den davor einfach irgendwo rein. Ich mache das jetzt, das ist ein komischer Zeitpunkt nach der Erklärung. Äh, ich habe den Jingle irgendwo abgefeuert, seid ihr sicher. Äh, ja. Soll ich einen Timer machen, 45 Sekunden? Genau, dann mach du den Timer einfach nur eben in die Kamera, äh, 5, 4, 3, 2, 1. Äh, ne, wenn ich in den letzten, wenn wir in den letzten 5 Sekunden sind, Robin. Achso. Ja, liest du erst vor und dann gehst du los oder drücke ich auf Start und du liest vor? Genau, wenn ich fertig vorgelesen habe, drückst du auf den Knopf. Okay, ja. Okay. Ich stand als Kind zusammen mit einem Ex-Nationalspieler auf dem Fußballfeld. Zeit läuft. Okay, ähm, wo, in welchem Stadion? Äh, es war in Dreierwalde. Weiß nicht, wie das Stadion heißt. Ähm, wer hat gespielt? Ich hab gespielt mit anderen Kindern zusammen und er halt auch. Warst du Einlaufkind oder hast du wirklich gespielt? Ich hab gespielt. Gegen eine Profi, gegen eine vollgewohne Profimannschaft als Kind? Ich hab mit dem zusammen gespielt. War das so ein Benefiz-Ding? Nee, nicht wirklich, nee. So ein bisschen, so ein bisschen. Das geht nicht. Ähm, Dreierwalde hattest du gesagt. Einlaufkind hätte ich, also, Einlaufkind hätte ich ihm geglaubt. Wir müssen jetzt fünf, vier, drei, drei, zwei, eins, stopp. Ich sag Lüge, Lüge. Ich sag auch Lüge. Das, ganz ehrlich, in what the fuck Dreierwalde hat doch, haben die überhaupt einen Fußballplatz, einen, der groß genug ist? Wollt ihr das einloggen? Ja, stimmt nicht. Ihr müsst euch halt einigen, also. Ja, stimmt nicht. Ja, okay, es ist die Wahrheit. Ich war nämlich im Klaus-Fischer-Fußballcamp in Dreierwalde. Das hat er damals ausgerichtet. Und der stand mit uns auf dem Platz und hat ein bisschen mit uns gekickt. Who the fuck is Klaus Fischer? Ja, besten Dank. Auch gut, dass du das auch fragst, Alter. Klaus Fischer hat dieses legendäre Fallrückzieher-Tor für Deutschland gemacht und für Schalke ewig gespielt. Google mal, Klaus Fischer ist ein ganz bekannter. Aber der war aktiv in den 70ern oder 80ern. Also der war damals schon 60, als er den Camp ausgerichtet hat. Ach so. Ja, das hast du gesagt. Du standest mit einem, du standest auf dem Feld und nicht irgendwie in einem Spiele oder so, ne? Ich stand als Kind zusammen mit einem Ex-Nationalspieler auf dem Fußballfeld. Ja, der hat auch wahrscheinlich mitgekickt. So trainingsmäßig. Ja, genau. Aber ich dachte, das wäre so ein Pflicht, so ein 90-Minuten-Spiel, weißt du, auf zwei Tore. Und das war wahrscheinlich einfach nur so hier die, ja. Ja, gut gespielt, meiner Meinung nach. Ach so, und das muss man natürlich sagen, wir machen jeder, jeder zwei, zwei Dinger knallen wir hier raus, ne? Geht ja relativ knackig, ähm, deswegen darf gerne der Nächste starten. Wow, 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 du hast aber die Latte hochgelegt, meine sind da deutlich nicht so gut. Ich habe das Gefühl, ich werde schnell überführt. Ähm, nimmst du die ganze Zeit die Zeit, Robin? Ähm, ja, wenn ich es selber sage, ist glaube ich, aber kann ich auch wohl. Okay. Ähm, ich kann, dann lass mich auch als nächstes machen, dann fest. Okay. Gut. Äh, Zeit, Timer, da habe ich, ich bin ready mit dem Vorlesen. Mhm. Ähm, ich hatte in der Jugend ein Angebot vom SV Meppen. Zeit läuft. Was? Also Fußball, Fußball, Fußball. Hat SV Meppen da schon hochgespielt? Die waren da drittklassig auch schon. Also jetzt sind sie ja, äh, viertklassig, aber damals. Für welche Jugend, also dann? Äh, C-Jugend, da war ich zwölf. Ja, aber für die, für die C1, C6? Ja, ja, 1 natürlich. Äh, auf welcher Position hast du gespielt? Innenverteidiger. Wie lange hast du Fußball gespielt überhaupt? Ähm, boah, ich habe dann glaube ich mit 14, 15 aufgehört und bin zum Handball rüber. Wo wurdest du angesprochen? Ähm, also meine Eltern wurden tatsächlich kontaktiert. Ich glaube, bei so einem Turnier, oder das weiß ich gar nicht genau. Okay. Okay, war das so ein Hallenturnier dann, oder? Das wird eigentlich im Sommer gewesen sein. Drei, zwei, eins. Okay. Puh, das glaube ich nicht, um ehrlich zu sein. Also klar, physisch, ich weiß nicht, ob Robin schon sehr früh sehr groß war, da würde man einfach sagen so, oh, den nehmen wir mal mit beim SV Meppen vielleicht. Aber ich, ich, das glaube ich, weil Robin auch so ein fragiles Ego hat, dass er uns das schon ein paar Mal unter die Nase gerieben hätte, so eine Auskunft. Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das scheint mir eine Darstellung meines Charakters hier, fragiles Ego. Also ich hätte gesagt, das ist eine Lüge. Ich würde das aussagen, aber ich habe das Gefühl, wir glauben hier niemandem irgendwas. Ja, die Lügenbarone hier. Also Lüge lockt ihr ein, seid ihr euch sicher? Aber wenn du damals schon groß warst, vielleicht hat man sich gedacht, okay, der Junge kann sich ansatzweise ein bisschen bewegen und man hat gar nicht so unbedingt auf seine Leistung geguckt, sondern okay, so grundsätzlich kann man da analytisch was rausholen. Frag mal an Steffen beim Handballtraining, beim Wormer, beim Fußballer, bin ich regelmäßig der Star. Okay, Lüge. Ja, ich hätte auch, ich würde Lüge sagen. Sagt ihr beide Lüge? Ja. Ja. Nice. Ihr habt recht, das ist eine Lüge. Ach ihr Wichser, Mann. Zu einer Million Prozent, hast du das schon erzählt. Zu einer Million Prozent. Ja, das mit dem Ego habe ich tatsächlich auch gedacht. Das werde ich ständig erwähnen, natürlich. Okay. Ach, sehr gut. Überführt. Na, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, warte, ich muss Zeit machen. Nico, you ready? Ja, ich bin bereit. Okay, dann lies vor, ich habe die Zeit. Okay, ich habe panische Angst vor Gänsen, weil mich eine hawaiianische Wildgans durch ein Zoogehege gejagt hat. Wo war das? In Reine, im Zoo. Okay, wo konnte man da Gänse anfassen? Da gibt es hinten so ein Wildgehege. Hast du was gemacht oder ist die einfach so auf dich losgegangen? Nee, ich habe natürlich nichts gemacht. Wie alt warst du da? Vier, glaube ich. Sind da nur Gänse drin in dem Gehege, oder? Vögel. Generell. Definier Angst. Du kannst jetzt nicht im Zoo gehen, wo du weißt, die sind da, oder du kannst dich nur deren Gehege nicht nähern? Also, wenn ich Gänse sehe, dann wird mir unwohl. So viel kann ich sagen. Wird dir unwohl, wenn du Gänsehaut bekommst? Nein. Woher weißt du, dass es eine hawaiianische Dings war? Hast du dich danach dann... Stopp, stopp, stopp. Oh, Backe. Okay, ist ja okay. Darauf kann ich gerne noch antworten. Da sind ja immer diese Schildchen. Ja. Das stand da drauf. Ey, 45 Sekunden sind voll kurz. Ja, gut, aber ich glaube, wenn wir zwei Minuten machen, kann man auch easy drauf kommen. Sag mal, Anna und Fajan. Ich finde, 45 Sekunden sind ausreichend lang und vielleicht ist man ja auch nett, so. Ja, eine hawaiianische Wildgans will der Mann uns... Aber ich habe mal gelernt, wenn man eine Lüge verkaufen will, möglichst viele Details einbauen. Schmückt man es aus, ne? Genau, und deswegen kommt, glaube ich, dieses hawaiianische... Sag einfach, mich hat eine Wildgans. Ich bin da auch bei Lüge, ja. Ich finde das aber, was ich sagen muss, ich finde, das ist eine plausible Sache. Weißt du, was ich meine? Also viele Leute haben schon... Also Gänse sind ja auch einfach Arschlochtiere. Aber auch da könnte man sagen, okay, Nico hat natürlich was Plausibles genommen, so als Lüge. Ja, ja, klar. Dann wäre es halt einfach eine gute Lüge. Boah, schwer. Aber wir waren noch mal zu dritt im Rhein-Ninsatz. Wo haben wir da hawaiianische Wildgänse gesehen? Das ist nämlich... Deswegen habe ich gefragt, ich bin mir nicht sicher, ob man da Gänse trifft. Da waren gar keine Gänse, nein. Aber das ist natürlich auch schon 20 Jahre her, ne? Oder 25 fast. Laut seinen Aussagen. Ja, ja, gut. Aber der Typ, der ist ein Serial Liar, wir kennen ihn doch. Ich hätte auch eher gesagt Lüge. Ich bin mal Lüge. Aber da will er uns haben, da will er uns haben. Wir loggen ihn doch nichts ein. Guck mal an, wie er da grinst, der Wichs sei. Ja, aber ich sag Lüge. Ja, komm, ich sag Lüge. Wollte ihn mal einloggen? Lüge, Lüge, Lüge. Eingeloggt. Stimmt, ne? Brauch von Sinn. Falsche Antwort. Es stimmt. Es ist mir wirklich so passiert. Was? Es gab mal ganz hinten im Zoo, gab es mal so ein Gehege, da konntest du durchlaufen. Und da sind Gänse frei rumgelaufen. Und mir ist so eine ganz einfach hinterhergelaufen und hat mir in die Waden gezwickt. Ja, das sind wirklich sehr viele. Und das hat mich als Kind so traumatisiert, dass ich seitdem vor Gänsen immer lieber ein bisschen Abstand nehme. Kannst du nochmal dein Statement vorlesen, dein Ursprungsstatement? Ich habe panische Angst vor Gänsen, weil mich eine hawaiianische Wildgans durch ein Zoogehege gejagt hat. Okay, ja, ich hatte irgendwie angegriffen, aber da würde mir in die Waden zwingen... Aber auch da ist es ein fairer Punkt. Ja, in die Waden zwingen reicht doch nicht. Als vierjähriges Kind? Das hat damit ja nichts zu tun. Ja, wurde auf jeden Fall durch das Gehege gejagt von dem Ding. Okay. Gute Lüge, gute Lüge. Ja, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Der Erste, der uns reinlegen konnte, so gesehen. Ja. Nicht schlecht. Okay. Ja, jetzt wieder Steve-O, wa? Mhm. Ich wusste nebenbei, dass ich euch mit hawaiianischer Wildgans kriege. War es denn eine? Es war wirklich eine, ja. Okay. Das war ja so ein bisschen auch so eine Nicht-Finte. Das kann man ja auch... Ja, Mann, das ist smart as fuck hier. Jonathan Flakes bald. Die denken, diese Geschichte ist frei erfunden. Okay, ich mach meinen nächsten Punkt, ja? Robin, bist du herzlichen Glückwunsch im Zeichen? Yeah, sir. Ready. Ich habe an einem Boxautomaten, ihr kennt ihn, wo die Dinger so rauskommen, wo man dann gegenschlägt, einen Rekord aufgestellt. Kann ich mir gut vorstellen. Wir kennen alle Steffen Waffer. Wann war das? Ist das eine Buff-Zeit? Nee, war so vor fünf, sechs Jahren. Ja, da warst du. Da warst du relativ buffed immer noch. Aber was heißt Rekord? Weil 999 haben ja mehrere. Das ist ja so. Ich habe dann, ich stand dann, mein Score stand dann da eingeprägt. Ja, bis der Nächste. Kannst du eine grobe Zahl nennen? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, da war, ich glaube, Maximum ist 1000 und ich hatte 950, sage ich jetzt mal. Welche Kirmes, wo? Keine Kirmes. Wo war es? Äh, in der Bowlingbahn. Welche? Oh, in Braunschweig. War der Motherfucker mal in Braunschweig, Nico? Weißt du das? Ja. Ich glaube, der war mal in Braunschweig, ehrlich gesagt. Da findet der Verkehr statt. Ah, zwei, zwei, eins. Stopp. Der Verkehr findet in Braunschweig. Ich meine, mich erinnern zu können, aber war dein Bruder nicht mal irgendwann in Braunschweig? Nee, der war in, der war irgendwo da. Nee, der war in Bielefeld. Bielefeld, ja. In Paderborn, ja, okay. Aber dann, warum wird der über die Stadt jetzt lügen? Also, ach so. Also, wenn es so Lüge wäre, hätte er ja einfach gesagt in Bielefeld bei meinem Bruder. Der wäre viel mehr beliebbar, als jetzt Braunschweig aus dem Ärmel zu zaubern. Na, Bro. Ich glaube, das ist gelogen. Braunschweig. Ich bin irgendwie bei wahr. Also, Steppen hat wohl Power. Der hat auch Power, aber der Mann hat keinen Grund, nach Braunschweig Bowlen zu fahren. Ja, vor sechs Jahren. Vielleicht hatte der mal einen Love-Infus da oder so. Anna, wir gehören kurz. Du gehst für Wahrheit ins Gericht. Na, ich glaube, was mich aber jetzt wieder andersrum stimmt, ist, bei den Dingern holt man dann auch immer 999, wenn man ein bisschen bufft ist. Also, ich kriege da schon 900 auf Scores und ich habe Pommes-Pixer. Ja, wie würde wir kommen bei dir? 950 ist da doch kein Highscore. Oder das Ding wurde irgendwie gerade gesettet. Doch, Bro, auf einer Bowling-Bahn. Stimmt, da sind so nur so dicke Urs Kalischinski. Aber du sagst Wahrheit, oder was? Nee, du sagst Lüge, ne? Nee, ich wäre jetzt von Lüge ausgegangen. Ich glaube auch, dann ist mir ein bisschen zu fishy. Ich sage auch Lüge dann. Ja, wir glauben hier, es stimmt, wir glauben hier niemandem irgendwas. Niemandem. Wir haben schon einmal gesagt, das ist wahr. Nee. Aber ihr lockt ein, oder was? Ja. Es ist die Wahrheit. Ich war Rekordhalter auf einer Bowling-Bahn. Also, ich war in Braunschweig, weil meine Mama da in der Nähe gewohnt hat. Und dann waren wir in Braunschweig, Bowlen. Und dann habe ich da draufgehauen. Ich glaube, ich war bestimmt der Erste, der je draufgehauen hat. Und deswegen habe ich den fucking Rekord gehalten. Aber ich bin halt trotzdem, ich habe trotzdem bei so einem Automaten den Rekord gehabt. Vor allem ja eine Vierjährige oder so. Und dann kam ich, habe zugehauen. Weil ich Rekord hatte. Fuck. Der Wichser hat sich verdient. Was denn nicht? Ich bin nicht hier der Einzige, der die ganze Zeit die Wahrheit spricht. Denkt man drüber. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Es kann doch einfach sein, dass der Typ zwei Wahrheiten mitgebracht hat. War es doch eben gelogen, oder nicht? Das Erste, das war das Erste. Nein, nein. Klaus Fischer, der ist Fischer-looking-ass. Wetten wir einmal mit der Klaus Fischer ein jetzt? Nope. Und weiter. Steffen, stehen wir auch bei Alexander Fangmann im Fußballcamp. Der stand im Tor, Alex Fangmann. Digger, immer noch der beste Replay auf dem Tweet aller Zeiten. Ja. Okay. Funktioniert auch Spotify weiterhin nicht, der Gag? Es sind einige visuelle Gags diesmal drin. Naja. Vielleicht ein bisschen Werbung für YouTube. Okay. So. Go next. Ich bin ready. Jo. Okay. Seid ihr ready? Ja, okay. Ja. Ich habe als Kind in meine Fußballschuhe uriniert und diese anschließend auf Ebay verkauft. Ja, okay. Aus welchem Grund hast du rein uriniert? Mir wurde gesagt, dann kriegt man keine Blasen mehr. Okay. Der zeitliche Abstand zwischen urinieren und dann verkaufen war wie lang? Boah, Stundenjahr oder so, glaube ich. Also ich habe es dann ja zum ersten Mal getragen, weil ich mir eine Wirkung versprochen habe. Das waren ja meine aktiven Fußballschuhe. Ja. Okay, was für Schuhe waren das? Kann ich dir nicht mehr sagen. Total Nineties oder Geyser 2. Weiß ich nicht. Warum wolltest du die verkaufen? Irgendwann, ich denke mal, kann ich dir nicht genau sagen, ich denke mal, weil sie dann einfach irgendwann zu klein wurden. Und du hast die als Kind auf Ebay verkauft oder nicht vielleicht eher deine Eltern? Das war, glaube ich, eine Co-Produktion. Wie alt warst du? Drei Sekunden noch. 12, 11, 12. Stopp. Und darum wollten die den beim Mappen nicht haben. Also klingt für mich ziemlich plausibel schon wohl. Klingt sehr plausibel. Ich habe das nämlich auch schon häufiger gehört. Man soll ja auch auf seine Blasen pinkeln in der Nutsche. Ja, ist es nicht auch bei Leder irgendwie so sinnvoll? Wegen generell, das wird geschmeidiger oder so, solche Sachen. Cowboys haben ja auch immer in ihre Lederstiefel reingepisst. Ja. Also ich würde jetzt, vor allen Dingen, weil wir quasi auch diesen zeitlichen Abstand erfragt haben, weil ich glaube, die Finte darin ist quasi, dass man denkt, er pisse da rein und verkauft es direkt. Das ist quasi die Finte. Aber ich glaube, das ist halt die Wahrheit. Also ein Onlyfans-Ding damals schon. Also ich bin bei Wahrheit. Ich bin auch bei Wahrheit, weil Robin einfach ein Goofy-Ass ist. Der Dude pisst sich in die Schuhe und zieht die dann ein. Naja. Also ich war direkt vor dem Stuhl, bin direkt rein, als die noch nass waren. Okay. Nein, es ist tatsächlich die Wahrheit. Und dieses Format quackt mich jetzt schon ab, weil ich einfach nur peinliche Wahrheiten über mich hier offen mache. Ich werde nur noch lügen jetzt in Zukunft. Aber du bist auch easy to read scheinbar. Dich haben wir zweimal topf. Ja, weil ich einfach ein offener Mensch bin. Ihr seid halt so Lügenbarone bei euch. Ihr lügt mich ja auch ständig so an. Und ich bin immer ehrlich. Das stimmt, ja. Geil von uns. Ja, das ist richtig. Das ist nicht mein Format. Ich bin eine ehrliche Haut. Bro, wir sind doch eigentlich gar nicht befreundet. Das ist alles nur so. Steffen und ich machen uns da so einen Gag draus hier die ganze Zeit. Viel Spaß beim Nichtschlafen heute. Ey, schreibt mal bei Insta oder so, dass ich der Coolste von uns bin, die anderen beiden sind missgünstige Arschlecker. Wieso? Ich bin doch gar nicht mit, weil Lüge oder Wahrheit? Das verstehe ich nicht. Ja, ist okay. Mach jetzt, Nico. Ich will ins Bett. Bro, okay. Alles klar. Bereit? Ja. Ja. Gut. Folgende Aussage. Ich habe als Jugendlicher nach einem Fußballspiel eine Anzeige aufgrund von Abbrennen von Feuerwerkskörpern bekommen. Das kann ich mir gut vorstellen. Denn Nico hatte diese Osnab-Zeit, wo der aktiv war mit Dauerkarte und so. Ja, in welchem Stadion? Genau. Es war in Hauenhorst. Ja, aber das waren die auch schon mal. Hattet ihr damals, in Mesum gab es die Mesumer Jungs. Das gab es, glaube ich, in Neunkirchen auch. Komm, hopp, schneller, Junge. Neunkirchen gegen Hauenhorst, das Spiel? Ne, war nicht Neunkirchen. Wer war der Gegner von Hauenhorst? Wettring. Kannst du wen aus der Mannschaft? Ja, klar. Okay. Wurdest du beim Spiel schon verwiesen oder nachher? Das war alles nachher. Was für Feuerwerkskörper? Bengalus? Ne, das waren so römische Fackeln. Kennt ihr die? Irgendein Sekunden. Ich weiß auch nichts mehr. Ja, Zeit ist um. Werden wir noch im Alter fragen können, aber ... Nicht Neunkirchen? Also hast du entweder Hauenhorst supported? Ja, da spielt doch hier ein Kollege, kann ich jetzt nicht, will jetzt nicht den Namen sagen, aber da spielt halt einer von den Kegel-Klub-Leuten und so. Ja, aber da bist du, machst du da noch nicht einen auf Ultra? Block1930. Jetzt, nee, das zeigt mir, dass der lügt. Weil er jetzt solche Sachen sagt. Ach so. Oder er lügt halt nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Oh gut. Also ich würde da schon sagen, dass es plausibel klingt. Das geht schon, ne? Aber ein Hauenhorst juckt doch keinen Polizisten, dass da zwei Bengados brennen. Oder da kommt doch keiner. Naja, aber vielleicht irgendein deutscher Papi oder so. Ist ja die Frage, werden wir nach dem Alter fragen, sondern ist ja die Frage, wie jung die Spielenden auch waren quasi. War wahrscheinlich der gleiche, der mit der Kreditkarte eben die Frau angesetzt hat. Der stand dann da. Ja, also ... Aber es ist schon plausibel. Es gab hier bei mir im Dorf auch so welche, die das dann aktiv, eine aktive Fanszene vom lokalen Verein gemacht haben, auch mit sowas. Ja, ich glaube aber nicht, dass Nico war einmal da und hat sich daneben benommen. Dann muss er da auch nie wieder hingehen. Deswegen ist es auch ein bisschen vielleicht so eine scheißegal-Aktion. Ich bin eher bei Wahrheit. Nico, sorry, hast du gesagt, was die Strafe war? Nee, haben wir auch nicht. Weil du es nicht gesagt hast, musst du es natürlich auch nicht wiederholen. Ich habe es nur vielleicht vergessen. Nee, habe ich nicht. Okay. Ich habe dir auch nicht gefragt. Du bist aber bei Wahrheit, Steffen, ne? Ich bin eher bei Wahrheit, weil ich mir so denke, obwohl es auch irgendwie ... Wäre das nicht vielleicht mal an mich ... Weil Jugend auch, ich meine, das muss man ja noch mal zusagen, wir kennen uns alle so ungefähr seit der Jugend. Aber Nico ist schon einer, der viel rumprobiert. Der ist auch einer, da kann ich mir vorstellen, dass er sich gleich belabern lässt. Und dann sagt er, ein paar Desperados drin, ein paar Becks Gold. Ja, komm, jetzt lass doch zu dem Spiel mal ein bisschen daneben nehmen. In der Jugend kann ich mir das schon vorstellen. Und er hat schon einmal gelogen. Nee, er hat einmal die Wahrheit gesagt. Ja, aber der lügt ja sonst denn nicht. Ich würde sagen ... Ist auch Wahrheit. Ist auch Wahrheit. Ja, ist auch Wahrheit. Loggen wir ein. Wir loggen Wahrheit ein, Herr Jauch. Das ist wahrscheinlich nicht. Es ist gelogen. Ja. Aber ich war da, es ist tatsächlich passiert, aber nicht mir. Ja. Und ich war auch da. Solche habe ich auch viel, wo man es sehr gut verkaufen kann, quasi, weil man alle Infos auch hat. Von einem anderen, Jo, schlau. So habe ich gar nicht gedacht. Okay. Der Hörer, ich möchte den Namen natürlich nicht nennen, aber der Hörer wird es wissen. Und du ehrtest jetzt die Lohwe dafür, dass er damals gebastet wurde, was? Bro. Aber ich glaube, es waren sogar Safe-Pengalos und nicht diese römischen Lichter. Also das kann dir egal sein, wenn du lügst. Dann hätten wir es gewusst. Ist ja eh verjährt. Dann hätten wir es gewusst. Nein, aber du kannst ja auch lügen, wie du willst. Du kannst uns dann auch erzählen, was du möchtest. Das ist ja peng. Ach so. Ja. Ach so. Wenn du lügst, ja. Ja, gut. Okay. Ja, guck an. Das war das Format. Ich fasse nochmal eben zusammen, welche Formate wir hatten. Wir hatten einmal das Ratgeber-Format, wo wir Fragen beantworten jeglicher Form und Farbe. Gerne welche von euch, aber dann natürlich auch so nur Dummy-Fragen quasi aus dem Internet. Dann hatten wir clever daneben geschossen. Vorbeigeschossen. Clever, genau. Das werde ich mir niemals merken können. Das nennen wir auch anders. CVS. Und dann haben wir jetzt zum Schluss Lüge, Wahrheit. Wie auch immer, wir legen uns noch einen Namen. Ja, also gerne reinschreiben oder beziehungsweise dann an dem Voting teilnehmen. Was kommen wird wann, Robin? Ja, gute Frage. Sonntag kommt die Folge. Ich denke mal Dienstag, Mittwoch würde ich dann hatten alle Zeit genug zu hören. Das Ding ist, wir kriegen dann das Ergebnis nicht zur nächsten Aufnahme. Ja, wir nehmen ja nächste Woche später auf. Aber wenn wir Donnerstag aufnehmen, dann haben wir wenig Vorbereitungszeit. Dann mache ich Dienstagabend, dann haben wir Mittwochabend die Ergebnisse. Dann können wir uns den ganzen Donnerstag drauf vorbereiten. Und Donnerstag schon aufnehmen, eventuell vielleicht noch andere Formate testen. Das schauen wir dann einfach mal. Ja. Finde ich gut, wie die Leute hier gerade in unsere Planung involviert werden. Weiß ja noch Transparenz, Transparenz. Habt ihr trotzdem irgendwie ein Lied dabei? Oder soll man das heute auslösen? Ja. Das würde ich jetzt auch schnell machen. Ich würde sagen, die Playlist sollten wir schon fortführen, oder? Yes. Das ist ja auch schnell gemacht. Warte ich, sehr gerne. Ich fange einfach mal an. Das war ein Herzensprojekt. Ich fange einfach mal an. Ich habe Remi Wolf mit Discoman. Ganz schöner Song. Bisschen peppierige Nummer, glaube ich. Weiß nicht, glaube ich nicht. Das geht. Bisschen peppier. Ist cool. Hört gerne an. Ich mache weiter. Ich muss eben einen Shoutout geben an Alina, die mir gesagt hat, es gibt auf Spotify, ihr lacht jetzt bestimmt wieder, dein Mix der Woche. Da kann man, Spotify erstellt dann immer eine Playlist für alle, die es nicht kennen, mit so Sachen, die so ähnlich sind. Steffen macht ja eine Geste, die ich nicht mehr beschreiben will. Auf jeden Fall findet man so neue Musik. Jetzt muss ich nicht immer alte Songs nehmen, sondern hat tatsächlich was Neues hinzugefügt. Und zwar Joey Badass, Love is only a feeling. Damn. Keiler. Yes, sir. Ja, und Nico. Okay. Ja, Moment, ich füge das jetzt mal eben zeitgleich hinzu. Und ich nehme Shoutout an Anderson an dieser Stelle, der mich gestern auf diesen Song aufmerksam gemacht hat, von Lian Thomas' Treasure in the Hills. Wird euch beiden auch sehr gut gefallen. Dann gehe ich gleich mal. Da bin ich mir ganz sicher. Treasure. Ja, ich würde sagen, wir verabschieden, bevor Robin jetzt noch random Musik hört. Wie gesagt, nehmt an dem Voting teil. Ist uns sehr daran gelegen, dass ihr es macht. Yes. Dass ihr dann ehrlich abstimmt. Gibt aber auch eine Option, wenn ihr nur die Ergebnisse sehen wollt, dann, wenn ihr sagt, ich finde alles cool oder so. Gibt uns irgendwie Feedback über Schrift, über Vote, ist uns egal. Hauptsache ihr gebt uns was wieder, was ihr cool fandet, was ihr blöd fandet. Und macht nur so viel Spaß, weil ihr euch Feedback gebt und so. Das ist echt gut. Wenn man da was liest oder mal hört irgendwie live, ey, wir hören gerne, das tut unfassbar gut und dann macht es auch sehr viel Spaß. Ja, wirklich. Ihr seid das Brennholz in unserem Podcast-Feuer. Eine Kuss. Und damit kehren wir uns raus, Leute. Danke fürs Einschalten. Schönen Sonntag. Oder was noch immer ihr hört. Ciao, ciao. Tschö.